Die hochmütige Schwester Ein Märchen von Clara Schott Gelesen von Jasmin Stab Carla saß auf dem Rasen und weinte so, dass ihre Tränen auf die hochstehenden Gräser fielen und wie Tauglänzten. Einige Mal schluchzte sie laut auf. Da kam ein kleines Männchen des Weges, blieb verwundert vor dem Mäckblein stehen und fragte mit dünnem Stimmchen, was ihm fehle. Carla schlug ihre tränenfeuchten Augen auf und sah den Kleinen scheu und verängstigt an. »Weshalb weinst du denn?«, wiederholte teilnahmsvoll das Männchen. »Weil ich kein Hochzeitskleid habe.« »Willst du denn zur Hochzeit gehen?« »Ja. Morgen wird meine Schwester getraut.« Sie sagte zu mir, »Hast du kein Kleid? Darfst du nicht kommen. Ich heirate einen Prinzen.« »Unsere Gäste werden herrlich gekleidet sein. In Samt und Seide, mit Perlen und Edelsteinen werden sie geschmückt erscheinen. Und du hast nur dein verwaschenes Kleidchen.« »Und da setzest du dich hier auf die Wiese und weinst?« Er mattet ließ Carla ihre Arme sinken und blickte verzagt zur Erde. »Weshalb bist du denn gerade hierher gegangen, um deinen Schmerz auszuweinen? Hättest du doch deine Schwester gebeten, dir ein Kleid zu schenken?« »Nein, das tut sie nicht. Sie will auch nicht, dass der Prinz mich sieht, weil ich nicht so wunderfein bin wie sie und weil ich so verarbeitete Hände habe.« Das Männchen nahm Carlas Hände und blickte nachdenklich hinein. Dann tippte es darauf und umzog mit seinen Fingern die kleinen Linien der Hand. »Oh«, sprach es und lächelte eigenartig. »Was darin steht, wenn du das wüsstest, ei, 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 du wirst noch gar vieles erleben.« Bevor das neugierig gewordene Mädchen fragen konnte, was das Männchen damit meine, war es verschwunden. Wo war der Kleine geblieben? Und was stand denn nun in ihrer Hand? Sie rieb sich die vom Weinen heiß gewordenen Augen und wollte heimgehen. Aber kaum war sie ein paar Schritte gegangen, blieb sie erstaunt stehen. Welch eine Pracht bot sich ihr da. Ein ganzes Feld voll zarter Schneeklöckchen und ein ganzer Streifen blauer Pfeilchen standen vor ihr. Geschäftig bewegten sich Eidechsen und Frösche hin und her. Es war, als ginge da etwas ganz Besonderes vor. Als Carla weiterschreiten wollte, rief ein Blumenstimmchen. »Zertritt mich nicht! Zertritt mich nicht!« Da raffte sie ihr armseliges Röckchen und schritt ganz behutsam auf den Fußspitzen vorwärts. Plötzlich blieb sie stehen. Was waren denn das für wundersame Gestalten, die sich emsig bückten, eine Blume nach der anderen brachen und ihre Kelche breit drückten? Zwei posierliche Frauen, wie sie Carla noch nie zuvor gesehen, grau gekleidet, mit eigenartigen Vogelköpfen, waren an der Arbeit. Erst sah das Mädchen ihnen zu. Dann fragte es, »Was macht ihr denn hier?« »Wir fertigen ein Hochzeitskleid.« »Aus Blumen?« »Ja, aus Schneeglöckchen und blauen Pfeilchen.« »Ach Gott, ist das schön!« rief Carla. »Und wer bekommt es denn?« »Das dürfen wir nicht sagen. Auch darfst du uns nicht lange aufhalten. Bald muss das Kleid fertiggestellt sein. Geh nur deines Weges. Geh!« »Ach«, dachte Carla, »hättest du ein solches Blumengewand, wie würdest du dich zur Hochzeit fein schmücken können?« Nachdenklich ging sie weiter und weiter. Wieder blieb sie stehen. Wer mochte dort wohl wohnen? Und wie sie voller Entzücken ganz versunken dastand, öffnete sich die Tür. Und das kleine Männchen, mit dem Carla zuvor gesprochen, erschien. »Wohnst du hier?« fragte sie erstaunt. »Ich diene hier der Rosenkönigin.« »Oh«, machte das Kind. »Für die Rosenkönigin ist wohl auch das herrliche Blumenkleid bestimmt, das die Wiesenweiblern weben.« »Nein, das ist für dich«, entgegnete das Männchen. »Komm herein! Meine Herrin wünscht dich zu sehen.« Und er führte Carla in das Rosenhäuschen. Da kam die Königin und sprach. »Mein Diener hat mir berichtet, was er in deiner Hand gelesen. Deshalb sei mir willkommen. Du sollst zur Hochzeit gehen, schon wird dein Kleid gewebt.« Ehe noch Carla etwas hervorbringen konnte, traten zwei junge Mädchen auf sie zu und geleiteten sie in ein herrliches Stübchen. Hier war Sonne und Licht und kostbare Geräte standen dort. Die waren farbenprächtig und kunstvoll. Aber Carla wusste nicht, woraus sie hergestellt waren. Alles hatte Blumenformen und duftete und doch schienen es keine Blumen zu sein. »Lege deine Kleider ab, liebes Kind«, sprach das eine der Mädchen. »Und dann sollst du baden. Sieh her, hier steht eine Wanne. Sie ist mit Rosenwasser gefüllt. Und hier ist der Bademantel«, sprach das andere Mädchen und reichte ihn Carla. Er war so fein wie Spinngewebe. »Wenn du fertig bist, lege dich auf das Ruhebett.« Sie wies auf ein solches aus rosa Höherzinten. »Und wenn du geschlafen hast, werden wir dich schmücken.« Beglückt sog Carla den Duft des Rosenwassers in sich ein. »Ei«, dachte sie, »wenn du morgen zu des Prinzen Hochzeit so wunderherrlich gekleidet sein wirst, wird dich niemand erkennen. Nicht einmal deine Schwester. Man wird denken, auch ich sei eine Prinzessin.« Von dem Höherzintenduft ward Carla betäubt und sie schlief bis in den anderen Tag hinein. Als sie erwachte, kamen die Dienerinnen sie zu schmücken. Wie sie nun dastand im weißen Kleid mit den Pfeilchenbändern, setzte man ihr auf das lang herabhängende Haar einen Kranz anemunen. Carla erkannte sich selbst kaum, als sie in den wandlangen Spiegel sah. Wunderhübsch sah sie aus. Nun zog ihr das eine Mädchen Goldschuhe an und das andere zupfte die Schleppe zurecht. Die fiel vom Halsausschnitt des Kleides weit, weit herab und bestand aus ganz zarten, feingesponnenen Gräsern. Eingefasst war sie von Wasserlilien. Jetzt trat auch die Rosenkönigin ein. Betrachtete Carla, freute sich, dass ihre Dienerinnen Carla so schön geschmückt hatten und hängte ihr eine kostbare Perlenschnur um. Dann sprach sie, Nun musst du dich eilen, denn vergänglich ist alle Pracht. Und sie klatschte in die Hände, worauf das kleine Männchen daherkam. Du sollst den Hochzeitsgast geleiten. Schnell, mach dich bereit. Schon wartet da unten der Wagen. Da kniete Carla nieder und wollte dankerfüllt der Rosenkönigin die Hand küssen. Aber schon war alles verschwunden. Sie selbst saß in einer Hochzeitskutsche aus purem Gold. Bespannt war diese mit schneeweißen Pferden, denen rote Schabracken mit Goldborte auflagen. Neben dem Kutsche saß stolz das kleine Männchen. Wie nun der Wagen mit dem Hochzeitsgast vorfuhr, dachte man nicht anders, als dass eine Königstochter daherkäme. Da kam die Braut selbst, verbeugte sich tief und sprach. Du hast mir eine große Ehre erwiesen. Der Ehrenplatz an der Hochzeitstafel sei dein und führen wird dich der Herzog meines Gemahls Ohheim. Schon trat dieser in blitzender Uniform heran und bot Carla den Arm. Schönen Dank, erwiderte Carla. Aber willst du nicht lieber den Ehrenplatz deiner Schwester geben? Nein, edle Frau, ich habe keine Schwester, entgegnete die Braut. Während nun Musik erscholl und man an der reichbedeckten Tafel saß, ward Carlas Herz sehr traurig. Sie dachte, wie ist es nur möglich, dass mich die eigene Schwester verleugnet? Da wandte der Herzog sich ihr zu. Sage mir, holte es Mägtlein, wer du bist und woher du kommst. Ich komme aus dem Blumenland. Wer ich bin, darf ich nicht sagen. Oh, ich errate es schon, du bist die Königin der Blumen. Carla lachte und schüttelte ihren blonden Kopf. Sie, das wunderschöne Mädchen, sprach in diesem Augenblick der Prinz zu seiner Braut, die voll des Neides zu Carla schaute. Ich will sie zum Tanz auffordern. Und er tanzte fortwährend mit ihr. Einmal sagte er, Deine Blumen im Haar duften so stark, dass ich ganz berauscht werde. Da antwortete sie, Dann sollst du mich nicht mehr zum Tanze holen, sonst kränkst du deine junge Frau. Er aber kam immer wieder und plötzlich sprach er voll Staunen. Wenn du lachst, hast du gerade solche Krübchen in den Wangen wie meine Gemahlin. Da schaute Carla auf die Schwester. Sie war ganz bleich, mit Tränen in den Augen. Denn es betrübte sie sehr, dass der Prinz mit der Fremden und nicht mit ihr tanzte. Das tat Carla leid. Wirst doch deine eigene Schwester nicht betrüben, dachte sie. Und sie schlüpfte hinaus und wollte heimgehen. Als sie über die Schwelle trat, stand auch schon das kleine Männchen dort. Kannst nicht laufen in den dünnen Goldschuhchen, sprach es sie an. Drunten steht der Wagen. Meine Herrin hat befohlen, dich wieder in das Rosenschloss zu bringen. Komm, schnell, steig ein. Du bist so gut. Aber sieh, wenn ich nicht heimkomme, dann ängstigt sich die alte Mume. Auch muss ich die Hütte reinhalten und der alten Frau die Suppe kochen. Nein, ins Rosenschloss kann ich nimmer. Ich muss in Haus und Feld arbeiten, denn die Mume ist schwach und kann sich schlecht bewegen. So will ich dich bis an die Hütte fahren, entgegnete das Männchen. Während nun beide dahin fuhren und Carla wiederholt dankte, dass sie durch seine Güte wie eine große Dame gefeiert worden war, sagte der Kleine, Ich habe dich liebgewonnen. Ich sah, dass du pflichttreu und arbeitssam bist und deshalb sollst du immer einen Freund an mir haben. Hier, nimm diese Rosenblätter. Sie werden niemals verwelken. Wenn du mich brauchst, so lasse je eines der Blätter in den Wind wehen. Der weiß schon, wohin er es zu tragen hat und ich werde wissen, dass du mich rufst. Einen Tag darauf stand Carla in ihrem alten Kleid vor einem verräucherten Herd und kochte wie sonst das Essen für die kranke Mume. Dann ging sie hinaus und fütterte die Tauben. Auf ihre Schultern setzten sie sich, auf den Kopf, auf den Arm. Überall flogen sie ihr nach. Nun aber fliegt, wehrte sie jetzt ab. Ich habe noch viel zu tun. Und sie gingen in den Stall. Dort stand ein schlankes Rehlein. Das war Carlas Pflegekind. Im Schnee hatte sie das kleine Tierchen fast verhungert gefunden und es mit einer Saugflasche aufgepäppelt. Im Winter lag es in der Hütte dicht am Herd. Rehlein, du gutes Tierchen, redete sie es an. Gestern warst du allein. Ich war zur Hochzeit. Nun komme ich wieder zu dir. Und sie gab ihm zu trinken und zu fassen. Und dann ward sie sehr froh und überdachte, wie schön es doch gestern war. In der Hütte lag das nun verwelkte Blumenkleid und der Kranz. Carla nahm beides und legte es zum Andenken in die bemalte Truhe. Im Deckel derselben war ein kleiner Spiegel angebracht. Sie blickte hinein. Ei, dachte sie. Nun bist du wieder vom Herdfeuer verrußt und hast deine alten Kleider an. Und gestern, ach. Sie reckte ihre schlanken Glieder und dachte glückselig, wie schön sie gestern gewesen. Als sie nun hinaus aufs Feld ging, um zu sehen, wie dort alles stand, fiel ihr der Herzog ein, der so stolz in goldbestickter Uniform neben ihr gesessen hatte. Wenn er sie jetzt sehen würde, er würde sie ebenso wenig erkennen, als ihre Schwester sie erkannt hatte. Diese wohnte nun in einem Schloss und dachte gewiss nicht mehr an die armselige Hütte. Monate waren vergangen. Schon nahte der Herbst. Der Wind jagte über das Stoppelfeld und von den Blumen blühten in Karlas Garten nur noch die Astern. Einmal ging ein Wanderbursch vorüber. Der bat um ein Stücklein Brot. Carla gab ihm noch eine Schale Milch und fragte, was es in der Welt wohl Neues gebe. Auf dem Schloss, dort hinter dem Berg, da ist ein Prinz geboren. Schon rüstet man zum Tauffest. Viele Gäste sind geladen und es wird hoch hergehen. Zum Tauffest? Dachte Carla. Da musst du auch dabei sein. Und sie holte ein Rosenblatt, wartete, bis der Wind kam und ließ es zum kleinen Männchen flattern. Schon am nächsten Morgen, Carla war gerade beim Rehlein, kam der Kleine und fragte nach der Smekkleins Begehe. Wir haben jetzt nur Sonnenrosen daheim, sprach es nachdenklich. Da kann ich dir nur ein Kleid aus solchen weben lassen. Wer aber wird mich schmücken und wo soll ich baden? fragte Carla. Komm nur mit mir, wir werden dich wieder fein herausputzen. Im Rosenschloss empfing sie eine andere Königin, denn die erste war bereits zur Ruhe gegangen. Nochmals wurde Carla in Blumenwasser gebadet, ihr Haar mit Laub begrenzt und ein wundervolles Sonnenrosenkleid fiel an ihren schlanken Gliedern herab. Wieder fuhr die goldene Karosse vor und das kleine Männchen neben dem Kutscher befahl, hinter den Bergen an des Prinzenschloss zu halten. Dort erregte die Auffahrt allgemeinen Jubel. Sowohl das prinzliche Paar als auch die Gäste erkannten die Holde Maid und der Herzog war der Erste der Carla aus dem Wagen half. Wir alle haben sie erkannt, die Prinzessin aus dem Blumenland, erscholl es im Chor, als der Herzog Carla in den Saal führte. Hier war die ganze Taufgesellschaft versammelt, die Paten in herrlichen Brokarkleidern und die Herren in seidenen Kniehosen und silberbestickten Samtröckchen. Sie trugen Spitzenschabos und zur Seite hing ihnen ein mit brillanten besetzter Degen. Der vermeintlichen Prinzessin aus dem Blumenland hatte man wieder den Ehrenplatz an der Tafel gegeben und ihr Kavalier war der Herzog. Sage mir nun, holdes Mäglein, begann er, wer du bist. Ich will bei deinem Vater um deine Hand bitten, denn ich hatte gar große Sehnsucht nach dir. Traurig senkte Carla ihr Haupt. Ich habe keinen Vater mehr, klagte sie. Längst schon ist er gestorben. Armes Kind, sagte der Herzog und sah sie mitleidig an. Und die Mutter? Ich habe sie gar nicht gekannt. Hast du keinen Bruder? Carla schüttelte ihr Haupt. Und keine Schwester? Gerade als sie antworten wollte, sagte ganz laut, sodass es die ganze Tafelrunde hören konnte, der Prinz. Merkwürdig. Schon auf der Hochzeit fiel es mir auf. Die Prinzessin aus dem Blumenland gleicht meiner Gattin. Ja, das finden auch wir, sagte die Oberhofmeisterin und putzte die goldene Brille. Carla lachte und meinte näckig. Vielleicht sind wir gar Schwestern. Da ward diese verlegen und wieder sprach sie. Ich habe keine Schwester. Aber ich habe eine, entgegnete Carla und ihre Stimme klang traurig. Sie mag aber nichts von mir wissen, weil sie reich und glücklich, ich aber arm und unschön bin. Du unschön? rief der Herzog. Du bist ja das schönste Mädchen, das ich je gesehen. Und noch heute sollst du meine Gemahlin werden, wenn du mich erhörst. Bevor Carla noch antworten konnte, rief mit schriller Stimme eine Hofdame, von der man wusste, dass sie Herzogin werden wollte. Ach, seht doch, was die Prinzessin aus dem Blumenland für verarbeitete Hände hat. Ach, seht doch, Hände wie eine Magd. Und sie lachte hässlich auf. Carla wurde dunkelrot. Auch sie blickte auf ihre Hände, die sich nicht mehr weißwaschen ließen von all der Erdarbeit. Dann sprach sie leise zum Herzog. Nun wirst du mich nicht mehr wiedersehen. Und sie stand auf und verließ den Saal. Während Carla längst wieder in ihrer Hütte waltete, sah es im Schloss traurig aus. Die Prinzessin wurde mit jedem Tag unfreundlicher zu ihrem Gemahl. Sie plagte ihn mit Eifersucht und verdarb ihm jede Freude durch hässliche Worte. Als er glaubte, es nicht mehr ertragen zu können, wies er sie im Zorn aus dem Schloss. Jetzt, da so viel Leid über sie gekommen war, erinnerte sie sich der alten Mume, des kleinen Häuschens und ihrer Schwester, die sie im Glück verleugnet hatte. Voll Trauer nahm sie ihr Kind auf den Arm und ging den Schlossberg hinab, den sie so oft als stolze Reiterin mit wehendem Federhut auf schmucken Rappen und sie wanderte und wanderte. Schon war sie zum Umfallen müde, ihr Gewand zerrissen von all den Dornen und Sträuchern, die es gestreift. Aber immer und immer noch wollte sich die Hütte nicht zeigen. Wie lange die verstoßene Prinzessin gewandert, wusste sie selbst nicht mehr. Schnee und Eis kam, denn schon hatte der Winter seine Herrschaft angetreten und verwehte den Weg. »Ach«, klagte sie und drückte ihr Kind an die Brust. »Nun werden wir nimmer heimkönnen, nun wird uns kein wärmender Herd winken und weder die Mume noch Carla, meine Schwester, wird mir ein Trostwort sprechen.« Kaum hatte die junge Frau der Schwester gedacht, da erscholl ein eigenartiges Lachen. Erschrocken sah sie sich in dem kahlen Wald um. Dürre, mit schneebeladene Äste ragten gen Himmel, an welchem ein blutroter Streifen auf Kälte hindeutete. Und wieder lachte es. Und siehe da, ein Männchen, ganz in Schnee gehüllt, stand vor der müden Wanderin. »Oh, liebes Männchen«, rief diese fliehendlich, »siehe, mein Kind, es ist ganz erschöpft und ich kann nicht mehr weiter. Weißt du kein Obdach für uns?« Nicht gerade freundlich sah das Eismännchen die Bittende an. Doch sagte es, »Komm, deines Kindes halber will ich dich führen.« Noch ein paar Schritte und sie standen vor dem Eispalast. Der glitzerte und funkelte im Glanz der untergehenden Wintersonne. Vor ihm lag der festgefrorene Schnee wie ein ausgebreiteter Teppich. »Hallo, ihr Feuermännchen! Schnell bringt Wärme für ein kleines Kind und für eine Wanderin!« rief das Eismännchen und fuhr mit einem Blasebalg in den Kamin, dass die unter der Asche klühenden Funken hell aufleuchteten. Dann machte es ein Lager für Mutter und Kind zurecht und braute den beiden heiße Getränke. Neu gestärkt wollte die Prinzessin anderen tags weiter. Aber da ihr Kind gar nicht erwachte, wurde ihr Angst und sie rief das Schneemännchen herbei. »Oh, du armes Ding!« klagte dieses. »Und du arme Mutter! Dein Kindlein ist erfroren!« Unzählige Tränen weinte die Prinzessin. Sie wurden alle zu Eisperlen und zierten den Palast. Und das Eismännchen behielt die Prinzessin bei sich. Einmal, als es dunkel geworden und die junge Frau voller Trauer vor dem Kamin dem Spiel der Flämmchen zusah, sprang ein Feuermännchen heraus, setzte sich zu ihren Füßen und sprach. »Geh doch fort von hier! Siehst du denn nicht, dass dich das Eismännchen hergelockt hat? Hier im Schneeland kann kein Mensch gedeihen, deshalb musste auch dein Kindland sterben.« Wieder weinte die Prinzessin heiße Tränen. Dann fragte sie leise. »Weshalb hat mich das Eismännchen heimtückisch hierher geführt?« »Es braucht ja Tränen zu dem Eiskristall, das unseren Palast schmückt. Ich rate dir gut. Fliehe, ehe es zu spät ist.« »Aber wo soll ich denn hin?« klagte die junge Frau. »Der Weg ist verschneit und ich finde nimmer heim.« Da empfand das Feuermännchen Mitleid mit der Mutter, die hier ihr Kind verloren. »Komm«, sprach es, »folge mir. Ich nehme so viel Glut mit, dass ich dich erwärmen werde und auf den rechten Weg bringe ich dich auch.« »Wie sie über die Berge waren,« sagte das Feuermännchen. »Sieh, dort, die Wolken am Himmel, die bringen Tau. Da muss ich heim, sonst vergehe ich. Aber sei unbesorgt, nun hast du den Weg frei. Gleich hinter dem Berge steht die Hütte, die du gesucht hast. Ade, leb wohl!« Und fort war es. »Nun bist du bald daheim. Nun wird deine treue Kala dich bei sich aufnehmen und dich gesund pflegen,« dachte die junge Frau und schritt getrost vorwärts. Endlich winkte aus der Ferne ein Lichtschimmer. Trotz der Dämmerung erkannte sie die traute Heimat. Klopfenden Herzens überschritt sie die Schwelle. Hier winkte ihr Ruhe. Hier war sie glücklicher gewesen als im Prinzenschloss. Nun pochte sie an die Tür. Wer wird wohl hereinrufen? Die Mume oder Kala? Aber, oh weh! Eine ganz fremde Stimme rief es. Und als die ehemalige Prinzessin eintrat, sah sie vom Hirtfeuer beleuchtet eine alte Frau am Spinnrad sitzen. Sie hatte eine große Hornbrille auf der Nase und eine weiße Haube auf dem Kopf. Das war die Mume nicht. Und wo war Kala? Mit zitternder Stimme fragte sie nach ihnen. Das Rädchen der Alten rollte ruhig weiter. Schnruh, schnruh, machte es. Und gleichgültig sah sie die junge Frau an, die ihre Frage wiederholte. Carla? Ach, die ist ja längst nicht mehr hier. Sie ist eine große Dame geworden. Und die Mume? Die hat sie mitgenommen. Darf ich mich bei euch ausruhen, liebe Alte? bat die Prinzessin. Hier habe ich früher gewohnt. Das war meine Heimat. Wenn du als Magd dienen willst, kannst du bleiben. Froh, dass sie ein Unterkommen fand, sagte die junge Frau zu. Und nun lebte sie wie früher hier in der Hütte. Aber nicht mit Liebe, die sie die Einsamkeit vergessen ließ, war sie umgeben. Die alte Frau hatte harte Worte, wenn sie nicht von früh bis spät arbeitete. So war die Prinzessin ganz, ganz still und weinte heimlich heiße Trauertränen. Und wo war Kala? Als sie damals beschimpft aus der Taufgesellschaft davon schlich, lief sie zur Mume und schüttete ihr das Herz aus. Zu lieb hatte sie den Herzog gewonnen und so gern wäre sie seine Gemahlin geworden. Aber da war die Hofdame, die ihr das Glück nicht gegönnt hatte. Lass es gut sein, tröstete die Mume. Wenn sie dich auch deiner Hände halber verlacht haben. Diese Hände verstehen Segen auszustreuen. Das wird dir schon noch Glück bringen. Am Abend entnahm Kala der Truhe ein Rosenblatt. Als der Wind einsetzte, ließ sie es flattern und bald darauf stand das kleine Männchen in der Hütte. Verschmitzt lächelnd hörte es Karlas Rede. Dem Herzog geht es nicht anders als dir selbst. Auch ihn plagt die Sehnsucht, sagte es. Und weißt du, wo er weilt? Im Blumenland, da sucht er dich. Komme nur gleich wieder mit ins Rosenschloss. Schon weben die Wiesenweibchen dein Brautkleid. Überglücklich war Kala, die der Herzog bald darauf als seine Gemahlin heimführte. Einen tiefen Schmerz empfand sie allerdings, als sie erfuhr, dass der Prinz ihre Schwester verstoßen. Ihr gütiges Herz hatte ihr längst verziehen. So hässlich die Prinzessin auch zu ihr gewesen. Kala fand keine Ruhe, da sie die Schwester im Unglück wusste. Wo mochte sie weilen? Kala nahm eins der Rosenblätter, die sie aus der Hand des freundlichen Männchens erhalten, und ließ es im Winde flattern. Es dauerte gar nicht lange, da stand der Getreue vor ihr und wusste zu berichten, dass ihre Schwester wieder in der Hütte bei der bösen Frau sei und der Kram ihre Wangen gebleicht habe. Tag und Nacht fielen ihre Tränen und bekümmerten Herzens gedenke sie all ihres begangenen Unrechts. Da weinte auch Kala. Nicht schnell genug konnte der herzogliche Reisewagen fahren, indem sie saß, um die Schwester zu sich nachzuholen. Demütig, gebeugt und beschämt fand sie diese, und mit zitternder Stimme bat sie Kala um Vergebung, für all das Böse, das sie ihr angetan. In verzeihender Liebe drückte Kala die Schwester an ihr Herz und nahm sie mit sich auf ihr Schloss. Dort kleidete sie die Schwester mit ihren schönsten Sachen, und die Prinzessin blieb bei ihr und er freute sich neidlos noch viele Jahre an Karlas Glück. Musik 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 Musik